so meine lieben zuschauer wir gehen direkt noch mal on air und zwar gab es wohl jetzt gerade einen kleinen soundpack den haben wir jetzt behoben und wir wollen uns jetzt direkt noch mal dem markt widmen insofern dass sie natürlich auch hören was ich sage sie sehen ja den dax und natürlich den starken ausverkauf wir haben heute donnerstag den 26 märz knapp nach 10.40 und der dax scheiterte gestern hier an dem versuch ich habe den blauen fall schon mal raus gemacht weil es eben nicht dazu reichte dass der dax hier 10.025 punkte über bot das war eigentlich ein präferiertes szenario dax zieht hier nach oben raus durchbricht die bullische flagge nach oben trendkanal passe und auf geht's das hat der dax aber letztlich nicht geschafft es ging nach unten und der alternativplan waren rücksetzer bis in den bereich von 11.850 punkten das hat der dax auch absolviert um dann letztlich aufgrund schwacher us-börsen und gestern abend hielt er sich noch ganz gut hier in diesem unterstützungsbereich das war sehr sehr signifikant und grundsätzlich eigentlich ein positives signal für heute aber nein sie sahen dann hier in der asia session in der außerbörslichen tendenz der asiatischen märkte und eben dann auch aufgrund dessen dass wir hier noch die geopolitischen risiken in jemen haben die luftanschläge das ist alles eine geschichte wo der markt hier eine kritische situation erfährt und auch natürlich der goldpreis und auch insbesondere im kontext dessen dass auto arabien mit drin steckt die ölpreise hier förmlich durch die deck geschossen bislang dazu gibt es auch dann gleich im jfd stream noch mal eine extra analyse zu den öl sorten speziell brennt oder wte werden wir uns noch raussuchen letztlich einfach so dass wir hier heute einen starken impuls gesehen habe gold ja auch mittlerweile 25 dollar hochgeschossen aber der dax hier contra ganz nach unten ausgerichtet mit aufgabe 11.850 war dann praktisch außerbörslich hier in der 24 stunden indikationen im weiterer fall gar nicht aufzuhalten korrektur ziel level 11.700 punkte das haben wir jetzt unterschritten beim dax jetzt ganz interessant dass wir hier diese untere trendkanallinie diese linie dieser bullischen flacke auf der südseite im stundenschart touchiert haben und auch jetzt hier nahe des support levels drei vom daily pivot point sind und das ist hier schon eine extreme ausdehnung die der dax hier jetzt erfahren hat viel weiter rein korrektur technisch kann es anhand des pivot points gar nicht gehen es gibt natürlich noch support level 4 und dergleichen aber rein tendenziell ist jetzt hier eine technische reaktion gut denkbar die wenn sie denn kommt den dax auch relativ zügig wieder steil nach oben bringen könnte achten sie hier auf das level von 11.700 punkten kommt der dax darüber zum oder darüber hinaus dann wäre hier eine technische gegenreaktion stärkerer natur ich ziehe den fall mal ein stück weit drüber weil das sicherlich nicht alles heute passieren dürfte durchaus denkbar das wäre hier die option für den fall dass der dax hier an dieser unteren unterstützung sie sehen diesen grünen support fall der eben hier aus der vergangenheit herrührt und immer schon wieder mal in der jüngsten zeit hier für unterstützung sorgte sofern der dax es hier eben schafft nach oben raus zu ziehen es stehen die chancen gut dass wir hier eine stärkere erholung vom aktuellen level ausgehend machen faktisch sollte der index nicht unter 11.611 das ist der support level 3 speziell unter 11.600 punkte zurückfallen kommt es dazu dann könnte sich gerade auch auf tagesbasis die situation deutlich eintrüben und neben 11.480 dann auch noch tiefere niveaus einzug halten das wäre aber nach der aktuellen preisbewegung eher so der alternativplan wenn gleich der abwärtsdruck sicherlich enorm ist aber der index hat hier übergeordnet immer noch ein bullisches bild und die rücksetzer die wir aktuell sehen dürften oder könnten dann hier in diesem bereich 11.480 gut aufgefangen werden schrägst du die 11.400 wäre hier eine markante zone um dem index hier einen gewissen halt zu bieten tatsache ist aber die situation wird kritischer und man muss davon ausgehen dass wenn der dax jetzt nicht die kurve kriegt dass das für die nächsten tage hier durchaus eher schlecht aussehen könnte soweit sind wir noch nicht wir wollen aber mal abwarten was passiert technisch gesehen wie gesagt hier oben klar gescheitert jetzt sind wir an der unteren trendlinie wenn der dax jetzt nicht wieder auftritt in bälde das muss in den nächsten stunden passieren dann sieht es wirklich auch für die nächsten tage schlecht aus warum das sehen wir uns jetzt mal hier im tageschart an wir haben hier diese ja jetzt geschaderte erholung diese aufwärts trendlinie hier seit anfang februar die ist durch mit dem heutigen tag mit dem down gap die trendlinie ist jetzt hier passé das ist schon mal ein negatives zeichen und wir sind wieder deutlich in diesen abwärts trend aufwärts trend was sage ich aufwärts trend kanal reingeklitten also das blaue szenario ist jetzt hier vom tisch die stabilisierung hat nicht erfolgt wir sind hier weiterhin innerhalb dieses abwärts trend kanals schrägstrich bullische flagge noch immer welche sich eben hier jetzt sehr sehr sauber darstellt auch hier sehen sie das reaktionspotenzial was jetzt hier besteht könnte durchaus zu einer technischen gegenbewegung heute schrägstrich morgen führen was den dax eben durchaus beflügeln dürfte aber großes aber aufgrund des unterschreitungen oder der unterschreitung von 11.700 punkten kann der index jetzt auch hier eine wesentlich stärkere korrektur fahren insofern wird das jetzt mal hier das blau gestrichelte szenario auf tagesbasis was im ausdehnungsfall den dax jetzt hier durchaus noch ein stück weit tiefer nach süden führen dürfte dazu passt in anführungszeichen auch die kurzfristige saisonalität man kann sich natürlich jetzt nicht vorstellen dass es so dermaßen steil nach unten geht aber wir haben hier bis anfang april das sind jetzt die nächsten tage anfang nächster woche noch haben wir hier grundsätzlich eine leicht schwächere tendenz rein saisonal danach bläst der wind wieder nach oben das heißt der index kann jetzt hier durchaus stärkere rücksätze erfahren gut gestützt allerdings auch hier wie im stundenschart auch schon gesehen im bereich 11.400 punkten da kann der dax auch schon wieder stoppen und nach oben drehen aber rein technisch wäre hier das gestrichelte potenzial nach süden durchaus denkbar das muss man auf der agenda haben dass der dax jetzt hier gegebenenfalls mal einen stärkeren rücksetzer vollzieht interessant ist dass wir hier das projektionslevel 11.150 11.200 erreicht haben und seitdem der dax sich jetzt hier mit einer gewissen schwäche präsentiert unterhalb von 11.700 punkten das war auch die maßgabe der ganzen letzten tage das ist ja ein signifikanter bruch mit der heutigen kerze sieht das nicht gut aus das heißt auch auf den stundenschart bezogen wer weiß wenn der dax sich jetzt hier wirklich noch mal stabilisiert ob der die kraft hat innerhalb dieses abwärts trennen kann als überhaupt so eine steile erholung zu fahren vielleicht stoppt er dann hier schon im jetzigen widerstandslevel bei 11.850 und dreht nach unten ab das muss man definitiv als alternative wir machen das jetzt mal rot als widerstandslevel auf der fahne haben die widerstände bauen sich jetzt entsprechend auf ehemalige unterstützen formieren unterstützung formieren jetzt um und der dax ist jetzt hier immer noch weiterhin in diesem abwärts impuls wir sehen auch gerade jetzt touchiert er schon wieder die trennlinie auf stunden basis der druck ist allgegenwärtig was da jetzt am nachmittag natürlich reinkommt muss man noch mal abwarten technisches reaktionspotenzial ist in jedem fall gegeben gerade wenn wir über die 11.7 zurückgehen das bild ansonsten aber hier unverändert schwach auch auf tagesbasis jetzt hier sichtlich eingetrübt und mit diesem starken ausdehnungsfall ich mache das mal ein bisschen nicht ganz so crazy sieht das aber jetzt eher so aus dass wir hier erholungspotenzial ich mache mal hier den grauen alternativfall wenn es denn unter 11.4 geht sehen wir so aus aber es sie sehen dass selbst die aktuelle starke schwäche von heute schreckstrich auch die sich ankündigende schwäche während der letzten tage das übergeordnete bild vom dax gar nicht eintrübt schauen sie sich dazu hier zum beispiel die situation an die wir hier ende januar anfang februar hatten die war in anführungszeichen ähnlich ähnlich nicht das gleiche aber ähnlich und wir haben jetzt hier auch so eine korrektur situation die unter umständen relativ schnell sich wieder bullisch auflösen könnte abwarten tee trinken dax wie gesagt jetzt hier definitiv unter 11.7 in dem kritischen chartbild weitere verluste können erfolgen 11.380 11.350 11.400 durchaus denkbar im ausdehnungsfall sogar 11.000 aber das müssen wir zeitnah bewerten wenn der dax hier tatsächlich weiter zur schwäche neigt warten wir ab was passiert technisches reaktionspotenzial wie gesagt kurzfristig durchaus gegeben unter 11.6 dürfte die talfahrt direkt weitergehen wir werden es weiter beobachten ich danke ihnen an dieser stelle fürs einschalten liebe zuschauer wünsche ihnen jetzt noch einen schönen erfolgreichen handelstag hoffentlich haben sie den einen oder anderen move nach unten mitnehmen können ich sage erstmal ciao dabei bis später ihr christian kemmere